Guten Tag, ich habe eine ganz nette Eröffnungsfalle entdeckt. Und zwar wisst ihr ja, dass ich Schottisch spiele. Und da gibt es ja immer mal wieder ab und zu Möglichkeiten, wo es Abweichungen geben kann. Und ich habe mir jetzt eine Variante im schottischen Anti-4-Springer-Spiel angeguckt. Persönlich empfehle ich eigentlich oder neige ich dazu zu empfehlen, dass man die klassische Verteidigung gegen Schotte spielt. Also jetzt hier nicht den Springer, sondern Läufer. C5. Aber das ist nur eine persönliche Idee. Ich habe das Gefühl, dann hat Schwarz die etwas minimal größere Chancen, das zu gewinnen. Das ist nur so ein Detail. Aber ihr könntet auch ruhig, das war ja auch manchmal, das Vier-Springer-Spiel versuchen. Ihr müsst dann natürlich damit rechnen, dass hier könnte auch passieren, dass ihr ins schottische Vier-Springer-Spiel kommen könnt. Aber wenn ich jetzt weiß wäre, würde ich ja hier den Springer rausnehmen. Und das ist dann die Anti-4-Springer-Variante. Dann wird er mit dem B-Bauern rausgenommen. Und jetzt E5. Es ist sofort die G5. Die Hauptlinie sozusagen. Und jetzt hier mit dem Damen auch dazwischen. Und dann den Springer auf d5. Und dann würden wir den Springer mit weiß nochmal angreifen. Und hier würde ich persönlich es jetzt ja am schönsten finden, wenn Schwarz Läufer a6 spielt, weil das meine Lieblingsvariante ist. Aber als ich mich damit beschäftigt habe, was könnte Schwarz denn noch alles ziehen. Mir persönlich passiert es ja am häufigsten, dass jetzt Springer b6 kommt. Und da bin ich noch nicht so ganz gut drauf vorbereitet. Und andere Möglichkeiten, die es auch noch gibt. Und wir sehen, der Springer ist hier bedroht und man muss irgendwas dagegen tun. Also man kann ihn den Springer wegziehen. Springer b6 kommt da in Frage. Oder natürlich Springer b4. Und wenn wir uns das mal angucken. Nö, das machen wir jetzt nicht. Und dann eine andere Möglichkeit darauf zu reagieren, ist noch hier Läufer a6. Läufer a6 ist einfach die Idee dahinter, dass der Läufer den Bauern fesselt. Jetzt ist es quasi indirekt gedeckt, weil wenn er hier rausnimmt, kann Schwarz die Dame rausnehmen. Sollte weiß natürlich auf gar keinen Fall machen. Kann Schwarz aber auch versuchen. Der Trick, den ich euch jetzt zeige, ist so ähnlich. Ja, dann kann man auch, wie gesagt, den Springer einfach wegziehen. Springer b6 ist der empfehlenswertere Zug. Und das sind eigentlich die zwei richtig guten Züge, die Schwarz hier machen kann. Springer c3. Läufer b7. Läufer f4. Große rochade, große rochade kommt in so eine Situation, wo beide groß rochiert haben. Und ja, dieses Läufer a6 habe ich ja schon mal gezeigt. B3, g6. Dann würde ich persönlich hier den Läufer auf a3 spielen. Sofortiges Läufer b2 ist etwas gewöhnlicher. Und dann würde das zum Beispiel so weiter gehen können. Habe ich ein Video dazu gemacht. Und dann haben wir so eine Situation, wo wir verschieden rochiert haben und wo Schwarz hier ein Dauerschach erzwingen kann, indem er mit der Dame auf a3 eindringt. So, wir wollen uns jetzt aber mit den anderen Möglichkeiten beschäftigen. Wie gesagt, Springer b4 wäre auch möglich. Der Springer steht da natürlich nicht wirklich gut und kann weiter angegriffen werden. Das ist so ein bisschen das Problem an der Variante. Und dann eine andere Möglichkeit ist natürlich noch, dass wir hier mit der Dame Schach geben. Da muss natürlich weiß jetzt erstmal auf das Schach reagieren. Aber dann stellt weiß einfach den Springer dazwischen. Und wir müssen den Springer trotzdem wegziehen. Können jetzt allerdings sofort die Dame angreifen. Und dann entwickelt sich das so weiter. Und wenn man den Springer hier vielleicht haben möchte. Ich denke, das ist die Idee, dass man den Springer hier schön findet. Und dann war aber noch ein überraschender Zug dabei. Der tut scheinbar nichts dagegen, dass der Springer hier geschlagen werden kann. Und das ist natürlich immer das gefährlichste, wenn das so aussieht. Jetzt würden wir nicht verteidigen. Ich habe ja eben schon gesagt, das tut auch der Läufer a6 zunächst. Wenn weiß unaufmerksam ist, sieht das so aus, als wäre der Springer nicht gedeckt. Aber dann kommt hier die Fessel. Ähm... Der Spieß. Und wir können die Dame schlagen. Ne, ist es... Ist eine Fesselfessel. Kommt die Fessel, dann können wir die Figur dahinter schlagen. Darum geht das nicht. Es ist indirekt gedeckt. Ein so ähnlicher Zug ist, was auch in dieser Partie gespielt wurde, die ich euch jetzt zeigen möchte. Und da mit C5. Das hat mich erstmal gewundert. Kann hier nicht einfach der Springer rausgenommen werden? Und das ist ein ganz, ganz schlimmer Fehler. Der ist noch schlimmer als... Obwohl, ob es noch schlimmer ist, als das mit dem Läufer zu übersehen, weiß ich nicht. Aber es ist sehr schlimm. Und darum ist in dieser Partie auch a3 passiert. Und schwarz steht jetzt nicht mehr unbedingt besser. Also weiß hat schon einen leichten Vorteil auf jeden Fall. Aber in dieser Falle ist es vielleicht wert, das auszuprobieren. Ich denke gerade im Online-Blitz... Also mein erster Impuls wäre auch gewesen hier zu schlagen. Allerdings besteht hier ja auch eine Fessel. Der Bauer ist wieder gefesselt und diesmal noch viel ätzender auf den Läufer hier. Und das sieht zunächst sogar auch nur wie ein Tausch aus. Weiß denkt vielleicht, okay, ich kann das ja trotzdem versuchen. Aber der Läufer kann mit Schach rausgenommen werden. Und jetzt bleibt ihm nichts anderes übrig, als die Dame dazwischen zu ziehen. Im ersten Moment möchte schwarz vielleicht hier rausnehmen. Das ist nicht der beste Zug. Der beste Zug ist, um einfach mit dem Läufer nochmal Schach zu geben. Und jetzt ist der beste Zug für Weiß Springer c3. Wobei es schon fast egal ist, was Weiß jetzt zieht. Wir können uns das ja mal kurz angucken, was die Alternativen sind zuerst. Also Springer d2. Dann können wir mit dem Läufer da rausnehmen. Da muss der König wegziehen. Dann können wir hier rausnehmen und haben so einen ätzenden Abzug. Also der Läufer kann irgendwo hinziehen und der König ist automatisch im Schach. Das ist sehr ätzend. Wir könnten ja zum Beispiel hier die Dame vom Turm versuchen abzuschneiden. Und dann bleibt der Dame nicht viel übrig, als sich für den Läufer zu opfern. Beziehungsweise wir nehmen dann gar nicht die Damen vom Brett. Sondern wir bedienen uns erstmal an den Turm. Weil der Turm dann ja nicht mehr gedeckt ist. Und ja, ein Turm mehr zu haben ist auf jeden Fall sehr angenehm. So eine andere Alternative vielleicht den König sofort wegzuziehen. Kann man machen. Dann holen wir den anderen Läufer. Und dann ist Weiß schon fast gezwungen die Dame dazwischen zu ziehen. Beziehungsweise es hat keinen großen Unterschied, ob stattdessen der König wegzieht. Weil dann schlagen wir trotzdem die Dame. Und das sieht jetzt auch nicht so angenehm aus. So, wir gehen aber nochmal zurück. So, der wurde geschlagen. Wir nehmen den Läufer raus. Die Dame zieht dazwischen. Läufer B4. Springer C3. Wir nehmen das mit dem Läufer raus. Und ja, natürlich kann jetzt der König hier wegziehen. Aber die Frage ist ja immer, was bringt uns das? Wir können hier gleich den Bauern mit Schach als Schwarz rausnehmen. Also das Beste ist tatsächlich den Läufer zu nehmen. Auch wenn jetzt natürlich die Dame sofort mit Schach wieder nehmen kann. Und wir einfach nicht aus dieser Situation rauskommen. Jetzt muss die Dame dazwischen ziehen. Was natürlich ätzend ist. Weil wir dann den Turm rausnehmen können. Dann muss die Dame wieder da hin. Schwarz könnte natürlich die Dame einfach vom Brett nehmen. Müsst ihr wissen. Die Stellung ist immer noch für Schwarz sehr viel besser. Würde ich nach Tagesform entscheiden, ob ich mir das zutraue. Die Dame auf dem Brett zu lassen ist natürlich auch keine schlechte Idee. Und dann zum Beispiel hier erstmal den Bauern zu nehmen. Da muss der Läufer dazwischen ziehen. Und dann können wir hier die Damen anbieten. Weiß will natürlich auch nicht unbedingt die Damen vom Brett nehmen. Weiß erhofft sich ja so ein bisschen, dass die eigene Dame vielleicht noch hier oder da eine Chance bietet. Einen starken Angriff zu finden, wenn Schwarz nicht aufmerksam ist. Darum kann sich Schwarz auch überlegen, die Damen tatsächlich aktiv abzutauschen. Dann rochiert weiß vielleicht und dann verliert weiß hier aber den nächsten Bauern. Und wir sehen, das ist alles nicht so schön. So, ich habe jetzt gesagt, die Dame muss dazwischen gezogen werden. Das könnte man natürlich bezweifeln, ob in dieser Situation tatsächlich die Dame hier dazwischen ziehen muss und den Turm freigeben. Könnte man bezweifeln. Aber es ist deswegen nötig, weil weiß ja nicht schachmatt gesetzt werden möchte. Also zumindest so ganz streng gegen den Computer ist es nötig. Man kann sich immer noch überlegen, ob man nicht darauf setzt, dass der Mensch vielleicht ein Mensch ist und dass man gegen einen Menschen spielt. Aber hier sind wir jetzt in einer forcierten Mattsituation. Schwarz greift wieder auf seinen Läufer zurück. Schach. Jetzt muss die Dame dazwischen ziehen. Dem König bleibt kein anderes Feld mehr. Und jetzt kann der Läufer Schach geben. Jetzt hat der König ja hier ein Fluchtfeld. Jetzt kann der Läufer wieder Schach geben. Er kann geschlagen werden. Jetzt kommt der Turm dazu. Und ja, wir sehen schon, worauf es hinausläuft. Das ist Schachmatt. Also so ein ganz kleiner Fehler. Einmal nicht aufgepasst. Natürlich dasselbe kann auch passieren nicht durch Dame c5. Wobei da mit c5 natürlich so vielleicht noch unaufmerksamer aussieht. Etwas ähnliches kann natürlich tatsächlich passieren durch Läufer a6. Wobei ihr davon ausgehen müsst, da Läufer a6 und Springer b6 tatsächlich die beiden Hauptvarianten sind, wie schwarz darauf reagieren kann. Das weiß, da relativ genau Bescheid weiß, was jetzt zu tun ist nach Läufer a6. Bei Dame c5 kann ich mir vorstellen, dass ihr genügend Leute findet, jetzt auf die Idee kommen, hier rauszunehmen und das hier einfach ermöglichen. Okay, das war es von mir. Ihr könnt euch gerne noch ein bisschen mit der Stellung hier beschäftigen. Wobei ich fast davon ausgehe, wenn es erstmal so weit hier steht, kann schwarz auch gar nicht mehr so viel falsch machen. Und dann müsste es sich von selbst runterspielen lassen. Wie gesagt, so ein bisschen daran denken, ihr habt ihr den Läufer. Eben alle Figuren schön mitspielen lassen. Wenn ihr sowieso schon Initiative habt, immer daran denken, ihr habt viele Figuren. Ihr habt nicht nur die Dame und alle anderen Figuren können und wollen und dürfen gerne mitspielen. Das war es von mir. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Danke schön. Danke schön. Danke schön.